Mit dieser Aufnahme hier fängt alles an. Das ist ein Song, mittelmäßig auf einer Kassette mitgeschnitten in den frühen 80ern. Im Internet fragt dann jemand gut 20 Jahre später, wisst ihr, von wem der Song hier ist oder zumindest wie das Lied heißt? Überraschenderweise kennt aber niemand die Antwort. Aber irgendwann bleiben die Leute dran kleben und sie versuchen herauszufinden, von wem dieser Song stammt. Über 15 Jahre findet niemand auch nur den Hauch einer Antwort. Bis vor wenigen Tagen dann eine Band auftaucht, die sagt, der Song, der ist von uns. Wer dahinter steckt und wie der Ursprung des Songs so lange unklar bleiben konnte, hört ihr heute im Popfilter. Es ist Sonntag, der 10. November und ich bin Mariantha. Hi! Diesen Song hier, den kennt ihr bestimmt. Habt ihr sicherlich schon x-mal gehört, aber wisst ihr, wer den hier performt? Ich wusste es nicht. Who Let The Dogs Out kommt von der Gruppe Bahamän. Und könnt ihr was mit dem Künstler Hathaway anfangen? Seinen größten Song, den könnt ihr ganz sicher mitsingen. Jep, genau, der ist das. Das Ding ist aber, einmal googeln reicht, um alle Infos zu diesen Songs und den Künstlern zu finden. Ganz anders war es eben bei diesem hier. 2007 fragt ein User in dem Forum bestof80s.de nach diesem Song. Das passiert da relativ regelmäßig, denn die Seite hat ein Unterforum, um bekannte Songs zuzuordnen. Ganz sicher wird sich da jemand melden, denkt sich damals auch der User, der sich Anton nennt und lädt den Aufschnitt hoch. Der stammt von einer Kassette, mit der er in den Jahren 1982, 83 oder 84 eine Radiosendung mitgeschnitten hat. Wahrscheinlich bei NDR 2. Mehr Infos gibt's nicht. Und zugegebenermaßen untypisch, niemand hat eine Idee. Aber viele Leute machen sich auf die Suche. Dazu muss man wissen, dass es eine Menge Menschen gibt, die sowas richtig ernst nehmen. Quasi als ihr Hobby. Sie nennen sich Lost Media Community, also die Gemeinschaft für verlorene Medien. Alleine in dem Reddit-Forum, das sie diesem Song widmen, sind über 50.000 Menschen aus der ganzen Welt. Die recherchieren, nehmen den Song komplett auseinander und wühlen sich durch Szenezeitschriften der 80er Jahre. Nur kommt halt niemand zu einer Lösung. Aber es gibt einen Hinweis. Den Moderator Paul Baskerville. Angeblich spielt der den Song damals im Radio. Nur kann der sich leider nicht mehr dran erinnern. Also fragt er in seiner Sendung 2019 dann selbst sein Publikum. So, ich bin in letzter Zeit von Menschen aus verschiedenen Ländern angeschrieben worden. Zum Beispiel aus Brasilien beispielsweise. Und auch aus Amerika. Und weil diverse Menschen versuchen, ein Lied auf YouTube zu identifizieren, das von einem gewissen Anton in Bremen gepostet wurde. Und ich soll es angeblich zwischen 1982 und 1984 in der Sendung Musik für junge Leute gespielt haben. Und das Einzige, das ich versuchen kann oder könnte, wenn ich Zeit habe, wäre, meine Schalplatten zu Hause durchzusuchen und gucken nach Covers, die ich vergessen habe, die post-punk-artig aussehen. Und naja, im Zweifel habe ich dann eine Aufgabe, wenn ich in Rente bin. Und wir hören gleich das Lied. Und wenn einer von euch es kennt, wäre es natürlich wunderbar. Ihr würdet einige Leute im Netz sehr glücklich machen. Hier ist also the mysterious song, or the most mysterious song on the Internet. Zu dem Zeitpunkt hat der Song dann schon den Namen. The most mysterious song on the Internet. Und es gibt dazu sogar eine recht ausführliche Wikipedia-Seite. Die hilft aber genauso wenig wie der Aufruf von Paul Baskerville. Und es dauert dann noch fünf Jahre, bis der Song letztendlich gefunden wird. Den Ausschlag gibt eine neue Info vor wenigen Monaten. Die Community stößt auf das Hörfest, eine Sendung vom NDR aus den frühen 80ern. Die bietet jungen Bands aus Norddeutschland damals eine Bühne. Und damit dann auch allen Lost-Media-Nerds neues Futter. Check it in and check it out, but the sun will never shine. Paranoid anyway in the sideways of your mind. Like the wind. The wind from somewhere. Let a smile be your companion. Da hört ihr den Song in ungewohnt guter Qualität. Und unplugged. Denn die Band, die wird vor kurzem dann tatsächlich gefunden. Sie heißt Fax, kommt aus Kiel. Und Anfang der Woche spielen sie den Song zur Feier des Tages dann live beim NDR. Aber wer ist Fax? Die Band, die gibt es mittlerweile nicht mehr. Aber in den 80ern sind sie eine kleine Kieler New Wave Band. Denen leider der große Durchbruch damals verwehrt bleibt. Ihr Song Subways of Your Mind wird aber dann doch zumindest einmal im Radio gespielt. 17 Jahre lang läuft das Internet dem Song dann hinterher. Davon bekommt die Band allerdings überhaupt nichts mit. Den entscheidenden Fund macht dann ein User namens Mary J.N. Mary J.N. durchforstet die Tiefen der Hörfest-Bands und stößt im Archiv der Nordwest-Zeitung auf einen Artikel über Fax. Sie schreibt die Band auf gut Glück an und zurück kommt dann tatsächlich eine Demo mit den drei Songs. Von denen ist dann einer The Most Mysterious Song on the Internet. Oder wie er eigentlich heißt Subways of Your Mind. Und damit kommt die wahrscheinlich längste Songsuche der Welt dann zu einem Ender. Für Fax ist das aber auch ein neuer Anfang, denn die Gruppe wird sich wahrscheinlich nochmal zusammentun und die drei Demosongs neu aufnehmen. Und viele Leute im Internet sind jetzt richtig happy. Hier ist aber nochmal für euch der alte Mitschnitt. Das sind Fax mit Subways of Your Mind, unser Song des Tages im Popfilter. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Subways of Your Mind von Facts, eine New Wave Band aus Kiel, die von dem ganzen Trubel um ihren Song bis vor kurzem überhaupt nichts wusste. Diese Folge hat sich ein bisschen wie eine kurze True-Crime-Doku angefühlt, mit einem Happy End glücklicherweise. Auch mal schön. Danke an Anton Burmester dafür. In der Produktion saß Florian Drexler und ich bin Mariantha. Danke, dass ihr zugehört habt. Und bis morgen, da starten wir in eine neue Takeover-Woche. Und es wird romantisch. Die österreichische Musikerin verifiziert, stellt Songs über echte Liebe vor. So, jetzt bin ich aber wirklich raus. Tschüss und macht's gut.